Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infinity Light 1.10 und ich mache gerade mein cooles Baldachin-Dingsbums hier. Und zwar aus weißem Glas mit einer einfachen Oakwood-Umrandung. Und da ich noch nicht Copy-Pasten kann, kann man aber hier inzwischen tolle Sachen machen. Und zwar habe ich jetzt hier mein weißes Glas und wie man am einfachsten hier schnell möglichst, also große Flächen irgendwie bearbeiten kann. Und zwar gibt es den Menüpunkt Draw Region. Und das ist super easy. Man nimmt also hier sein Stück und nimmt halt hier, Rechtsklick, gedrückt halten und dann zieht man dahin, wo man haben will. Und plapp geht's zu. Es hört auch auf, die Region zu drawen, wenn man quasi nicht mehr genug in Bits übrig hat. Das ist ganz praktisch. Und so kann man wunderbar schnell hier diese großen Flächen füllen. Auch natürlich blöckeübergreifend, was sehr praktisch ist, was das Praktischste überhaupt daran ist. So. Und hier kommst du weg. Und hier wird noch gedraht. So, reicht das sogar? Wow. Ich habe richtig viel Bits. Oh. Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ist was schief gelaufen? Kein Problem. Wir gehen in das Select-Menü und sagen Undo. Und schon kriegen wir alles zurück. Es ist ein Wunder. Aber du kannst Undo, du kannst Redoen. Es ist super. So. Wir wollen hier dicht machen. Flipp. Das ist korrekt. Und da fehlte mir direkt was. Und das wurde ja quasi mir wieder abgezogen. So. Ähm. Dann nehmen wir noch ein bisschen Glas mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich brauche noch einen. So. Das geht ja alles ins Beutelchen hier. Und dann drawen wir mal weiter unsere Region. Was mache ich da? Falsche Taste. Ach Gott. Undo. So. So. Ähm. Machen wir von hier nach dort. So. Und dann mache ich hier einfach einfach dicht. Ähm. Die Ecke erwischen. Nach die Ecke. Bäm. Ist das nicht hübsch? Ich finde es saukool. Ist vielleicht ein bisschen eichflach. Aber gibt es Schlimmeres. Ähm. So. Jetzt wollen wir natürlich noch das Äh. Schwändchen hier. Noch. Ähm. Das, ähm. Füßchen noch bauen. Korrekt. Ah. Nicht ganz. Ando. Wir müssen's unten. Ähm. Du bist eins nach da. Eins nach da. Das ist korrekt. So. Und weil das alleine... Oh, warte. Halt. Stopp. So. Da noch. Das ist versetzt. Das ist so nicht korrekt. Machen wir halt von hier nach dort. So. Ich will nichts falsch machen. Wir können jetzt noch Verzierungen machen. Äh. Was keine so schlechte Idee ist. Vielleicht irgendwie so einen kleinen Sockelfuß. Wenn ich mal hier einzelne Single Bits nehme. Kann man jetzt hier so einen coolen Sockel bauen. Einfach nur so einen kleinen Standfuß, damit das Ding auch, ja, Halt hat. Ähm. So. Hier halt so eine kleine Erhöhung. Man kann dann wirklich mit jedem Pixel hier arbeiten. Das ist so toll. Für unsere Minecraft-Baumeister. Einfach ein Wahnsinn. So. Ne? Wenn der Standfuß hier... Das können wir hier auch noch machen. Wobei, hier können wir eigentlich auch Draw-Region nehmen. Ne? Hier keine unnötige Zeit verplempern, Freunde. Sondern einfach mal produktiv sein. So. Geil-O-Matico. Mir gefällt's. Mir gefällt es sehr. Und wir sollten auch hier noch einen Zaun machen. Das wäre keine so eine schlechte Idee. Vielleicht sogar hier andockend. So. Warte mal. Hier ist... Du gehst... Bist du im Block? Du bist hier. Du gehst bis hier. Also machen wir... Dich so. Hopp. So ein Ding. Und... Ähm... Lasst mich überlegen, wie ich es am cleversten mache. Mh... Ich hätte gerne schon einen Zaun hier. Vielleicht doch einen echten Zaun dazwischen klemmen. Können wir von dem Fairwood was Hübsches machen? Ich hoffe, das geht. Fairwood-Fence-Gate. Das ist schon ziemlich hässlich. Muss man zugeben. Aber Oakwood geht. Ich glaube, ich muss es doch so machen. Das ist schwierig mit dem Ding. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Noch einen normalen Zaun. Wie wird denn hier Fans gemacht? Gott. Fans. Ah ja. So wird das gemacht. Mhm. Es ist dann vier Fans. Ich gehe davon aus. Ja. Mist. Habe ich noch Oak? Ups. Bisschen habe ich noch, ja. Es wird gerade wieder dunkel. So, wir wollen ein bisschen bauen. Bauen macht Spaß. Tschüsseln Bits macht Spaß. Macht alles Spaß, ja. So. Flipp. Mhm. Kann ich da dran bauen? Das kann ich sogar. Oh. Mg. Das heißt, wenn ich jetzt. Du bist vier breit. Das Ding einfach breiter mache. Würde auch gehen. Ähm. Muss ich vielleicht noch ein Holz. Okay. Erstmal. Draw Region. Das Ding einen dicker machen. Das gleiche gilt für hier. Und. Oben drauf. So. Damit es die dicke. Voilà. Von dem hat. Natürlich müssen wir jetzt unten auch noch einen drauf machen. Ja. Ist schon okay. So reicht. Kann ich hier drüber jumpen? Kann ich nicht. Wunderbar. Genau. Das will ich nämlich haben. So. Und dann. Welche Höhe brauchen wir? Wir müssen erstmal. Bis hier gehen. Sind eins. Oh Gott. weiter. Äh. Weiter. Es ist zu weit. Einen wieder weg. Klingt logisch. So. Gucken wir mal. Wie. Wie gut das geht. Nein. Andu. Ich brauche mehr Holz. Wo ist mein Tschüssi? Badaböhm. Und dann. Draw Region. Von hier. Ach shit. Ich vergaß. Ähm. Das geht doch nicht so einfach wie ich dachte. Schade. Ähm. Hallo. Mit einem Bit in der Hand kann man nur das redoen. So. Wenn wir jetzt hier. Webse von der Wand entfernt. Bis eins. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Beim siebten also. Also. Äh. Eins. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Beim siebten. Das ist das falsche Ding. Damn. Okay. Das ist gerade schwieriger als ich dachte. Kann ich. Ähm. Mühsam ernähren. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist nicht korrekt, oder? Okay. Plain. Oder Linie. So ist am einfachsten. Und das passt. So. Dann. Wenn ich hier shifte, kann ich. Kann ich sogar. Äh. Gut. Das hat man noch falsch gemacht. Undo. Und draw region. So. Oh. Das sieht cool aus. Das sieht verdammt cool aus. Das war nicht korrekt. Yeah. Super yeah. Äh. Hihihihi. Eins. Zwo. Drei. Vier. Muhaha. So. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Hahaha. Das ist sau cool. Oh. Fehlt hier was? Ja. So fehlt was. Äh. So. Wunderbar. Jetzt können wir hier natürlich noch. Ähm. Die. Pfeiler machen. Mal in den Untergrund. Vier. Flip. Wo ist mein Dirt? Da. Ich brauch aber was zu essen. Sonst war Hunger hier noch. Ähm. Und draw region. Vielleicht hier so zwischen. Ja. Ja. Finde ich cool. Hier kommt noch so ein Ding da dran. Ich find's cool. Hier kann man noch so ein paar machen. Äh. Du bist auf welcher Linie? Einen drüber, ne? Äh. Halt. Und du. So. Mal hier hochziehen. Wo fehlt hier denn eins? Ähm. Haben sie zu viel gemacht? Ja. Sieht so aus. Gut. Okay. Vielleicht mach ich dann das sogar wieder weg. Ähm. Man kann sogar mit Blixklick gedrückt halten. Kann man draw region entfernen. Sehr gut. So. Ich find's hat was. Ich find's ziemlich cool. Ja. Find ich ziemlich sehr cool. Wir könnten noch hier zum Beispiel so als Dekorationselement. Auf dieser Höhe. Nein. Auf dieser. Shift. Höhe. Please draw. Nee. Auf dieser Ebene. Nee. Okay. Das will nicht. Das ist diese Ebene. Okay. Willst gar nicht. Aber du hast auch hier auch. Oh. Hm. Cheat. Schade. Das geht nicht. Wegen dem Zaun. Äh. Naja. Gut. Was soll's. Passt schon. Finde ich gut so. Trotzdem. Hier kommt nämlich keiner durch. Und ja. I like. Kann man auch hübscher machen. Klar. Aber fürs Erste ganz gut. Sonnenschutz. Wunderbar. Ich brauche was zu trinken. Und was zu essen. So. Sehr schön. Und einmal mein Beutelchen füllen. Mit dem restlichen Chip. Bits. Die wir noch übrig haben hier. Das ist das. Wunderbar. Oh. Dann weg. Aber wir brauchen neue Kiste langsam. Ich habe ja ziemlich viel Holz besorgt. Äh. Äh. Ja. Okay. Dann. Äh. Würde ich sagen. Das war schon mal sehr witzig für diese Folge. Hat Spaß gemacht. Wissen wir Tschüss und Bits hier oben spielen. Und. Hier ist noch ein Fehler drin. Egal. Nicht jetzt. Ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020